Ausgesprochen günstig, denn bei allem Respekt vor Kamedulin, Koplev und Co. Sie gehen jetzt sehr weiter runter. Tommy Ingebrigtsen, nutzt er die Gunst der Stunde auch aus? Ja, 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 ja! Er lässt sich überhaupt nicht beeindrucken und packt deutlich drauf. 35,5, 135,5, Engebrigtsen. Manchmal versteht man das wirklich kaum noch eins zu ordnen. Gestern vorletzter, heute erster im Moment und gestern 76 Meter. Von der gleichen Schanze wohlgemerkt, jetzt 135,5, fast das Doppelte. Papa!